Absturz, Antarktis. Holen Sie sich die Manticore-Probe, bevor die Adlers Streitkräfte sie abfangen. Das kriegen wir mal ganz locker hin. Hier ist Sentinel-2-3. Das Verfolgungssignal ist am Ziel angebracht. Verstanden, 2-3. Wir haben Pandora schon im Wettbewerb. Voraussichtliches Ziel ist der Luftstützpunkt Rio-Galegos. Wenn IONS irgendwo auf dieser Hemisphäre einen Anschlag plant, wäre das die ideale Stelle. Wir müssen Pandora in internationalem Luftraum abfangen und eine kontrollierte Landung erzwingen. Koordinaten für das Luftrendezvous folgen. Verschuldigung, dann mache sofort ein Team bereit. Das ist ein großer Schritt, Cormac. Sie werden Adlers direkt angreifen. Eine Arbeit im Schattenmeer. Das ist ein großer Schritt, Cormac. Schöne dunkel. Hier ist Sentinel-2-3 im Endanflug. Verstanden, Sentinel-2-3. Primärziel ist die Fracht, alles andere ist entbehrlich. Bestätigt, Kinken. Wir treffen uns mit Guardian-5. Abwuchpunkt und sichern die Fracht. Sentinel-2-3 Ende. Magnetgriff aktivieren. Alles klar, Mitchell. Landen wir diesen Vogel. Ja, nö, ist klar. Im Flugzeug fliegen, alles klar. Ja, ja. Die moderne Technik, ja. Vorsicht bei den Windböden. Mit dem Magnetgriff stabilisieren. Ladung platzieren. Mache glatt. Gerät platziert. Auf meinen Zeichen aktivieren. Los. Zehn Sekunden. Raus aus dem Sprengradius. Das Flugzeug kippt. Das war echt knapp. Spielen wir jetzt hier bei der NASA, oder was? Oder spiel ich hier Call of Duty? Signal empfangen, Sentinel-2-3. Dronnenleitung ist auf den Abwurfpunkt anvisiert. Kingpin, irgendeine Reaktion von Ablass? Alter, was ist denn hier los? Ich sehe gar nichts, Alter. Sentinel-2 sichert die Fracht. Lande bei deiner Position, Ilona. Boah, was ist hier los, Alter? Sprenge jetzt das Shot. Was haben wir da? Das Extraktionsteam hat das Shot gesprengt und sichert die Fracht. Achtung, alle Einheiten. Eine Atlas-Einsatz-Truppe ist an der Dauer. Fackelt doch die ganze Scheiße ab, Alter. Fünktlich sind sie. Muss man ihnen lassen. Na, fünktlich? Können wir ja sehen. Ziel ausgeschaltet. Kommt ab, zwölf Brunnen. Ziel ausgeschaltet. Feuer, Feuer. Feuer, Feuer. Versteckt du dich mal, Alter. Aha, Fischer. Na, dann holen wir auch die Fracht, Mann. Bei dir, dann. Bei dir, dann. Bei dir, dann. Ah, weiß, keine Granate, naja, laber nicht so viel. Wir haben die Fracht, durchhalten! Boah, seid ihr stark, ey! Oh, fuck, was denn das für einer? Boah, fuck! Was ist denn hier oder? Was ist denn hier? Oh, alles bestens! Was ist denn hier oder? Also dann, brechen wir auf! Licht! Es wird kälter! Die Anzugsysteme kommen kaum noch mit! Scheiß Labyrinth hier, Alter! Sind wir hier bei Forest oder was? Habt ihr das gehört? Ja, alles klar! 3, 2, 1, los! Geil, geil, geil! Da ist ein Ausgang! Oh, geil! Oh, noch tiefer was! Gut! Und auf Wiedersehen! Noch ein Stockwerk tiefer! Ja! 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 Hältet eure Temperaturanzeige im Blick! Das hier für nen scheiß Labyrinth, Alter! Sackgasse! Na, taugen! Na, war mir klar, Alter! ...an dieser Arschkältige... ...den Handzeichen sagen wir nicht... ...klassische Art... ...mehr feindliche Truppen! ...weiter vorrücken! ...eber durchs Team! ...macht sie fertig! ...dich! ...och geil! ...und dich... Mehr feindliche Truppen! Das muss schnell gehen! Hoch, runter, hoch, runter! Oh, ne! Oh, scheiße, scheiße! Gesichert! Da vorne ist ein Ausgang! Weiter! Oh, ihr Säcke, Alter! Oh, ihr Säcke, Alter! Oh, ne! Oh, ne! Juhu, Schlittenfahren! Oh, wie sieht das aus? Geil aus! Oh, shit! 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 Das muss der Hubschrauber sein! Hör auf, wir müssen weiter! Nicht abrutschen! Der Dienste stärker! Da, den 5 hat die Fracht noch und wir nähern uns ihrer Position! Verstanden? Boah, jetzt noch knapp! Will die Widerholkid, ist deine Extraktion möglich? Boah, das war noch mal knapp! Ich tue mal schick aus hier. Endspurt. Möchte ich in den Schwimmen und tauchen? Möchte ich in den Schwimmen. Ich musste selbst Antworten finden. Eins plant einen Präventivschlag gegen die Vereinigten Staaten. Er hat heimlich eine biologische Massenvernichtungswaffe entwickelt. Und wir sollen dir folgen? Wenn er uns töten wollte, wären wir schon tot. Eins hat alles verraten wofür ich eins starte. Ich will ihn genauso unter die Erde bringen wie du. Aber dafür müssen wir diese Fracht erreichen. Sofort. Okay. Dann geh vor. Dann geh mal vor. Weiter jetzt. Mitchell, Cormac, schnappt euch die Stinger und versteckt euch. Atlas 2-1, ich bin bereit. Sentinel-Agenten sind ausgeschaltet. Roger Gideon, du hast Glück, wir bringen gerade ohne dich los. Ist die Fracht sicher? Ja, Tür. Sicher und heil. Na. Der Schieß los, ne? Ja. Aber feuert ihr erst auf mein Zeichen. Gideon, wir erfüssen mehrere Wärmes-Signaturen. Bist du sicher, dass du da alleine bist? Schieß ihn ab! Kommen! Vordere Evakuierung an! Beeilung, Mitchell! Beeilung, Mitchell! Der Evakuierungstrupp ist da! Wir kommen zu eurer Position! Spring, Mitchell! Ey, du solltest springen! Kommen! Vordere Evakuierung an! Der springt nicht. Was soll die Scheiße? Kommen! Kommen! der evakuierung an der evakuierungstruppe ist da der kommt zu eurer position ach leg mich noch am arsch macht euch nicht viel mal älter wer bin ich denn da geht doch weiter wir haben einen gast aufgesammelt bringen ihn zur nachbesprechung komek ende alter butt in schrug ok können wir jetzt was verbessern ein punkt aber geht nicht besser na gut auch da rein bis dann ein 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 das ein 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 Vielen Dank.